So, Hallihallo und Willkommen zurück. Ich habe jetzt nachgeschaut, wie es funktioniert und eigentlich ist es lustig und eigentlich total einfach. Ja, ich zeige es euch mal eben, wie es funktioniert. So schon mal nicht, aber quasi fast. Wir brauchen hier im Prinzip eine kleine Aufsprunglage, wie ich mir schon gedacht habe. Und dann, was eigentlich super einfach ist, wir hätten einfach nur dieses ganze Schleimzeug mitnehmen sollen und uns hier ein bisschen für Wissenschaft und Psychologie interessieren sollen. Dann hätten wir feststellen können, dass wir einfach das ganze Zeug darüber schieben können im Prinzip wieder. Und wenn alles drüben ist, können wir nämlich ganz einfach das Zeug wieder da hinsetzen und wir können das ganze wieder zurücktransportieren. Und sobald es da ist, einmal zack. Und, ja, die Idioten vom Dienst sind weg. Ich hätte nicht gedacht, dass es eigentlich so einfach ist, aber... Nun, ja. Jeder macht mal Fehler. Äh, what? Ähm... 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 Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ach so, darüber. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss, weil ich es nämlich nicht ganz zu Ende angeschaut habe. Nun, gut. Dann weiß ich jetzt aber schon wieder nicht mehr weiter, weil ich es nämlich nicht ganz zu Ende angeschaut habe. Äh... Wird so. Getrunks? Und dann entweder so, oder wir müssen da nochmal raus. So, was sieht's aus. Äh... Nein. Der Zipfel. Also, wie behindert wir können sein. So. Da ungefähr. Hoch. Hoch. λ, was... Was ist alles mit der Sch Ans gigaend? Was ist das los? Ich kann... ... hier. hier und zurück Kruppstl wir wir sind Krimas Kodo Owe und Berlitz und ich glaube ich würde nicht ausprobieren doch was für uns ja Leute wir sind durch den einen Punkt wo ich nicht mehr weiterkommen die kommen bin ab sofort spielen wir Porto 2 blind wahrscheinlich das level und dann sind wir fertig keine ahnung noch zwei kammern spiel einfach mit ich will aber nicht ausbrechen wir machen sofort zu den Plänen waren doch ein guter Fall ja allerdings jetzt haben wir einen Test gebaut das habe ich mir gedacht das ist 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 wir können doch einfach hier ein Portal hinsetzen und und dann daneben springen Prozent der geile geile scheiße macher macher m 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 so da Da geht was kaputt, da geht was kaputt. Du bist ein Idiot. Wenn ich jedes Mal meine Sachen so behandeln werden würde, dann würde bald nichts mehr da sein. Oh, 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 what the fuck? Hä, die töten mich ja gar nicht. Wieso töten die mich nicht? Könnt ihr mich nicht töten? Sind ich nicht mehr gesessen? Nein! Ah! War das dein Blut? Wir hatten die Blut von der anderen Runde! Oh, das waren die Krab-Turret, nicht wahr? Ja. Nein, weil ich noch alle die Karten stehe. Und schau mal was? Sie sind alle vollen Häusern. Ich habe keine Karten, ich muss lernen. Insofern, neue Turret, nicht defective. A$4. Best Hand. Unbeutbar. Ich würde es sagen. Anstrengung. 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 So. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssen auch da durch. Oh, ich sehe, clever, very clever And foolish, Spiddy Blaineball, ich gebe Ihnen Ich glaube, das hätte wie getan Zack, zack Holmes vs. Moriarty, Aristoteles vs. Borchis-Fight-Planche Gut, überprüfen wir das Ganze doch nochmal, wie es richtig gehört hätte Ich weiß nicht, da kann ich mich nicht draufstellen Das ist komisch Wie soll ich ein Desto machen, bitte? Ich kann nicht zurück, ich kann nicht vor Ort, ich kann nicht wegwärts Ich kann nichts Ich kann nichts Krasse Scheiße Oh Mann, der demolierte die Anlage total Ich weiß nicht Oh nein, 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 nein Ich kann nichts